Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel und Siedlerfreunde zu die Siedler 7. Ja, wir sind wieder nach wie vor in Mission 4 mittlerweile. Oh, und unser Steinmetz, Ortkei Steinmeer. Ah, so können wir das hier alles einreißen. Hm. Ich muss einfach brauchen eine Schafszucht und Wasser. Na, tatsache, eine Schafszucht braucht Wasser. Zwei Wasser. Das heißt, unser Walzen fließt gar nicht in die Schafszucht. Aber ja, ich schweife gerade ab. Wir sind jetzt halt wieder im Augenblick voll dabei, unsere Handelsbeziehungen zu etablieren. Nehmen wir eine Handelsroute nach hier errichten. Oder brauchen wir eigentlich theoretisch auch irgendwann diese Ausbaute hier? Na, mal sehen. Auf jeden Fall müssen wir unsere Türme noch reparieren. Und ja, den Hafen. So, da kommen uns gerade erst ein Hausierer an. Mit den beiden können wir jetzt schon mal die Handelsroute hierher etablieren. So, da sind sie auch schon unterwegs. Und ja, wir sollen Steine erhandeln. Und das ist auch leider die einzige Handelsroute, die wir haben, die Steine bringt. Aber, das ist ja kein Problem. Hervorragend. Eure Kaufleute waren erfolgreich. Sie haben eine Handelsroute für Stein ausgekundschaftet. Nun könnt ihr Steine im Hafen handeln. Mhm. Schnell. Sendet einige Kaufleute zum Hafen und lasst sie Steine erwerben. So, machen wir noch zwei Kaufleute. Bald genug Steine vorhanden sind, befestigt den neu eingenommenen Sektor mit einem Steinbaden. Ja, das ist eigentlich unser Hauptziel, uns vor Raspun zu schützen. Denn wir selber können gerade gegen Raspun auch nichts unternehmen. Er hat ja zu viele Türme hier. Und auch seine Burg ist hinter einer massiven Verteidigung. Aber wir kriegen Händler, mit denen wir uns dann verteidigen können. So, zum Handeln müssen wir hier am Hafen sagen, was wir gegen was tauschen wollen. Dann machen wir einfach gleich mal sechs. So, jetzt holen die von hier die Klamotten. Ja, Wurst und Verpflegung sehen noch beides gut aus. Wir brauchen ja zur Zeit Verpflegung. Ich glaube, die beiden, das war's auch schon. Ach nee, halt natürlich für unsere Prinzpräger brauchen wir. Und unsere Metzger. Ja, wir kriegen auch gerade nicht genug Fleisch rein für zwei Metzger. Wir haben Steine gekriegt. Aber ich fürchte, er wird bald zurückschlagen. Repariert die Palisade in eurem neu eingenommenen Sektor. Später solltet ihr sie zu einem Steinwall ausbauen. Nur wenn euer Steinwall frühzeitig errichtet ist, wird Raspun keinerlei Chance gegen euch haben. Seid ihr zu langsam, wird er euch bezwingen. Und der Kampf um Tandrien ist verloren. Ja, wir kriegen jetzt hier neue Freischaltungen. Einmal reparieren. Um die Befestigung in unserem Sektor zu reparieren. Haben wir ja jetzt schon in Auftrag gegeben. Postet uns 8 Holz. Und dann die ganzen Freischaltungen, die wir hier brauchen. Ja, dafür brauchen wir noch eben zwei Prestigepunkte. Einen können wir uns schon mal so holen. Indem wir hier ein bisschen den Karten verschönern. Und für den Rest brauchen wir eben solche hier. Ja, noch mehr. Drei Stecken brauchen wir noch. Eine Kanone sieht immer schön aus. So ein Brunnen-Ding. Und eine Statue. So, damit haben wir die Befestigung schon mal freigeschalten. Haben wir auch in der Händler-Gilte immer noch Steine übrig. So, unsere Türme werden repariert. Na, wir haben ja auch schon acht Steine gelagert. Hypaktisch. Perfekt. Diese Palisade wird euch hoffentlich vor Raspuns ersten Attacken schützen. Ach, wir bauen gleich weiter aus. Um eure Befestigung zu einem Steinball auszubauen, benötigt ihr viele Steine. Und ja, ich kann jetzt auch Wohnhäuser und gehobene Wohnhäuser ausbauen. So, wird ausgebaut. Sehr schön. Puh, euer Steinball würde genau im rechten Moment fertig gestimmt. Ha, wie erwartet, plant Raspun eine weitere schwere Attacke gegen euer Königreich. Doch euer Steinball wird jeglichem Angriff trotzen. Lehnt euch zurück und genießt, wie seine Soldaten an euren Mauern zerschmetten. Die Amusantheit, Raspuns Anleitung allein starke Verlust. Ihr seid verflucht, Prinzessin. Ihr habt für die falsche Seite. Der Herr sei gepriesen. Milady, ihr habt Raspun besiegt. Beeindruckend, Prinzessin. Ihr habt mich geschlagen, als hättet ihr jeden Zug von mir erahnt. Ich hatte Glück, das ist alles. Ich glaube nicht an sowas wie Glück oder Zufall. Eher daran, dass euch jemand zur Seite stand, der mich kennt. Wir haben keine gemeinsamen Freunde. Vielleicht war es kein Freund, sondern ein Feind. Kennen euch eure Feinde denn wirklich so genau? Bedauerlicherweise ja. Ja, Raspun war ein komischer Typ. Aber wir haben ihn besiegt. Wieder 100 Goldmützen für unsere Koffer. Und können uns jetzt der letzten eigentlichen Tutorial-Vision stellen. So, die Feuertaufe. Morach, eine junge Stadt ohne Armee. Die einzige Möglichkeit, Drakorians Statten abzuschütteln, besteht in einer Allianz mit dem Alchemisten. Er bewohnt das im finsteren Krater gelegene Laboratorium. Na dann los. Unsere Prinzessin war schockiert, als sie von ihrem nächsten Kontrahenten erfuhr. Dieser war nicht nur stark, sondern auch äußerst hinterlistig. Ja, jetzt dürfen wir gegen Drakorian den Schwarzen Ritter antreten. Und zwar ein letztes Mal mit der Questliste. Die südlichen Berge. Morach. Ey, und dieses Mal in unserem Schloss. Nicht mehr in der Taverne. Ich habe schlechte Neuigkeiten, Prinzessin. Ein dunkler Schatten schwebt über uns. Noch ein Widersacher? Ja. Drakorian, Lord Wolverings furchterregendster Krieger, bedroht das Laboratorium. Ich bin mir sicher, er hat nichts Gutes damit vor. Dann müssen wir ihn aufhalten. Wie gehen wir gegen diesen dunklen Ritter vor? So wie gegen alle unsere Feinde. Mit einem perfekten Plan. Prinzessin Zoe, welche Ehre, euch endlich zu treffen. Wie ich hörte, ist eure bisherige Landnahme erfolgreich verlaufen. Wie auch immer, ich rate euch, nun kehrt zu machen. Es würde mich betrüben, euch Leid zufügen zu müssen. Verborgen in den Tiefen eines geweihten Kratos, lebt der Archimist. Dieser fürchterliche schwarze Ritter vor meiner Tür macht mich wirklich nervös. Wenn mir doch bloß jemand helfen und mir entweder Münzen oder Novizen schicken könnte. Mit Münzen könnte ich meine Söldner bezahlen. Und Novizen könnten meine Studien fortführen, während ich mich heimlich aus dem Staube mache. Wie macht er sich heimlich aus dem Staube, wenn mir das offen sagt? Ihr entsendet zunächst einen Kaufmann zu dem Sektor mit den beiden Goldminen. Mit eurem kleinen Münzschatz könnt ihr die Soldaten im dortigen Außenposten bestechen und den Sektor friedlich einnehmen. Ja. Übernehmt den Sektor mit den Goldminen. Welcher wäre denn das? Der da. Ja. Ja, einen Sektor übernehmen. Sektoren müssen nicht mit militärischer Macht erobert werden. Jeder Zweig kann neutrale Sektoren übernehmen. Wenn ein neutraler Außenposten ausfällt, öffnet sich das naturige Menü. Dort seht ihr nicht nur, wie viele Soldaten der Außenposten beherbergt, sondern ihr erhaltet zugleich zwei Möglichkeiten, den Sektor einzunehmen. Ihr könnt Novizen einen Sektor schicken, um die Bewohner zu bekehren. Beachtet, dass sie nicht neu erreicht zurückkehren werden. Ihr könnt Laufleute in der neutralen Sektor schicken, um ihnen durch Bestechung zu übernehmen. Um die Müssen zu übergeben zu können, müsst ihr natürlich zuerst Kaufleute ausbilden. Mhm. Der Werkzeugmacher. Die Werkzeugmacherei ist einem Wohnhaus eingeschlossen. Sie ist für eure Wirtschaft von entscheidender Bedeutung. Jedes Arbeitsgebäude benötigt ein Werkzeug, um mit der Produktion beginnen zu können. Vergesst nicht, dass auch der Werkzeugmacher seine Arbeit nur mit einem Werkzeug aufnehmen kann. Wenn euch das Werkzeug ausgeht, rüber ist es ein Arbeitsgebäude ab, um das dort eingesetzte Werkzeug wiederzuerlangen. Produktion überwachen. Die Produktion ihres Arbeitsgebäudes kann auf untätig, nach Bedarf oder immer gesetzt werden. Passt die Produktion den Bedürfnissen eurer Wirtschaft an.